hallo meine lieben ja jetzt möchte ich euch mal die hot chocolate mit ihrem baby vorstellen wie ihr seht das gar nicht so leicht mit dem kleinen flitzer hier der kleine mann ist jetzt acht wochen alt ist ein richtiger süßer kleiner wirbelwind eine schlägt schnudel ohne ende wie seine mami ja und papa zu dem kleinen schatz ist unser alt und der kleine ist hab ich schwarz und auch nur ein weißes haar wie man sieht ist er quietsch vergnügt der süße kleine feger ja warum habe ich noch kein video von ihm gemacht das habe ich mich auch gefragt wo er so ein hübscher ist muss man ja gar nicht verstecken aber irgendwie hatte ich in der letzten zeit so viel mit den vorbereitungsarbeiten für unsere 30 jahr feier zu tun und auch in der hundepension werde ich zur zeit überrannt weil nach zwei jahren korona pause alle in urlaub fahren wollen ja und jeden tag hier haben wir geschmust und gekuschelt aber irgendwie kein video von ihm gemacht ja das muss ich jetzt natürlich nachholen so einen süßen kleinen feger den kann man doch nicht einfach so unveröffentlicht lassen ist der nicht süß ist ist der nicht zum quietschen der kleine fratz einfach zum knuschen ja und der kleine ist sogar schon stubenrein als einzelkind weil er von anfang an hier die große suite hatte mit seiner mami mit der hot chocolate durch die hundeklappe raus konnte deswegen hat er nämlich auch den deluxe deluxe hochflor teppich hier weil der geht nämlich schon die ganze zeit raus zum puscheln und zum stinkerchen machen da hat es nicht gleich sei der mami nachgemacht die hat ihr gleich erzogen wo es lang geht ja gut im sommer bei dem warmen wetter ist es natürlich auch leicht da dürfen ja auch die babys raus ist der liebling von jessica weil er so ein verschmuster verspielte ist ich könnte mir als corona sofort test anstellen weil der hat nämlich schneller die zunge bis an die mandeln und in die nasenwindungen wie man gucken kann wenn man ihn auf dem schoß hat weil er liebt es nämlich einen abzuschlappern abschlappern hochkrabbeln bis an die nasenspitze und der puschel der geht immer der puschel der geht immer da könnte man doch stundenlang dabei sitzen bleiben ja chocolate ich habe nur zwei hände es tut mir leid mit dem einen halte ich das handy mit dem anderen tue ich für deinen sohnemann bespaßeln da habe ich nicht für dich auch noch eine hand frei so doof gell normalerweise ist die sind die immer mit beiden händen dabei nur jetzt geht es nicht du musst dich doch einen moment gedulden jetzt habt ihr genug von den zwei wusels gesehen bis dann tschüss Bis zum nächsten Mal.